und weiter geht's direkt mit münzen platzieren so wir haben jetzt genau das gemacht verstärkt ist es eigentlich so hier will ich unbedingt ach so der hat nur effekt wenn er in einem seitenfach ist anscheinend tatsache so hier wir kein effekt drin hier wir auch keine effektoren was haben wir noch für seitenfach effekte mir habe ich schon irgendwo drin schon okay so Moment, ich bin hier bei Angriff, ne? Bei 2,5 habe ich hier noch was stärkeres, als Angriff 2,5. Long Creek, Arlong, Crocodile. Oh, ne, habe ich nicht. Die habe ich nämlich alle schon in Benutzung. Alright, dann haben wir jetzt immerhin ein bisschen was verstärkt. Wie geht's eigentlich mit dir aus, Zorro? Irgendwie fehlen mir irgendwie Münzen von Robin und was weiß ich nicht wem. Warte mal, was ist eigentlich, wenn ich... Vivi ist doch theoretisch ein Teil... Der Stroh-Piraten, oder? Tatsache. Ne, ist sie nicht. Also, sowohl im Anime als auch hier wurde gesagt, dass sie ein Teil der Stroh-Brande wäre. Na gut, wie dem auch sei, dann sehen wir das mal nicht so ernst und haben jetzt noch eine Münze mehr, die jetzt hoffentlich noch irgendwas fällt, die unsere Kalaschnikow verstärkt. Nächste Episode. So, was kommt denn noch? Na gut, ich weiß nicht. Das ist alles. Er ist ein Mann und ein Mann und ein Mann. das ist das Land an die Skarren Sonnenblatt Lohnung nach Stuttgart und dringend sich kämpfen Adios Blackbeard oder wie Ach, nee, Krokodil. Jak się pojawiłaś... Na Rufi Z Z Z Z Z Das war's für heute. Der Mann ist einer von Oka Shichibu-Kai. Das war ein Jinbei-Kai-Kyo. Es werden sonst Chaos Okay wir müssen tatsächlich hier raus Okay So Dann beschleunigen wir die Sache mal So noch mehr wo sind offen dann gehen wir einfach in den Schauspieler ich dachte schon das ist nur ein kleiner Zwischengegner den müssen wir entscheiden öfters besiegen vor allem da waren auch noch andere Tiere ich bin da kann ich dir sicher was ist das denn jetzt was ist denn geil was ist denn für einer wow was geht mit Jinbei ab oh hei buggy Okay. Okay. Kabuff Minotaurus. Danke ihr Penner. So jetzt aber. Get him. Ich habe keinen Fall. Ich hab noch ein vorkommen. Ich hab noch einen vorkommen. Das sind es. Ich hab noch einen внigule möglich. Auch derer patch ist in einem hier. Ich hab noch ein kleines Wut. All right. Ach du Scheiße, viel zu viele. Egal. Die haben wir gleich. Solange es nur kleine Fische sind, ist alles in Ordnung. 29 Karoos mit einem Schlag ist auch schon wunderbar. Nein, das war die falsche Richtung. Mir schaust zurückgekehrt, natürlich. Sehr oft, so langweilig wäre nicht. So, wir beschleunigen das Ganze jetzt mal ein bisschen. So, beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Mit dem Minotaurus. Jetzt habt ihr nicht den Minotaurus weggekickt. Doch habt ihr natürlich. Auch meine Teamkollegen sind so used. Jetzt wollte ich es schnell machen. Und dann sowas. Warte mal, ich speichere mal ganz kurz. Ich weiß nämlich nicht, was hier nachkommt. Theoretisch müssten wir nochmal gegen Magala ankämpfen. Also rein logisch betrachtet. Okay, wir gehen jetzt mal. Minotaurus, come on. Ich bin jetzt mal. gut wir sammeln mal eben hier ein bisschen was ein was vorher irgendwie jetzt irgendwer draufhauen oder danke ach gott der ich weiß nicht mehr wer die hieß das ist Hannibal Hannibal das war jetzt doof ist zu viel eingesetzt dass ich eigentlich gar nicht wollte gut haben wir gleich ist da was das war das war Das war's für heute. ja 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 warum wurde es eigentlich so weiter weg BEMS Das ist ein Schreck. Das ist ein Schreck. Wenn ich nicht sagen würde, dann würde ich auch nicht sagen würde. Stopp' das, was ich? Ich würde sagen, dass ich es nicht nur böse oder böse oder böse oder so würde. Aber wenn ich nicht in der Welt bin, dann würde ich nicht mehr auswählen. Das ist ein Schreck! Das ist ein Schreck! Ich habe das Schreck! Das war's für heute, was ich. Das war's für heute. Keach! Warum bist du hier? Ja, ich würde jetzt sagen, dass du mit dem Black-Higge bist. Black-Higge? Du bist, Black-Higge? Du bist, mein Mann! Du bist, mein Mann. Du bist, mein Mann. Du bist hier. Du bist, mein Mann. Du bist, mein Mann. Du bist, mein Mann. Du bist, mein Mann. Ähm, drauf da. Wow. Hör mal! Mensch! Jetzt, fahr mal. Das war's für heute. Du bist. Luffy. Jetzt wird jetzt über! Was muss denn jetzt kommen? Dann können wir nicht weiteraustellen! Bisschen, mein Mann! Bisschen könnte ein bisschen aufdenken. Aber jetzt hat er ja nicht sonderlich viel drauf. Aber ich muss aufpassen, ich habe nämlich keine Kisten mehr hier. Oh, fuck. Okay, die Attacke sollte ich auf jeden Fall nicht abkriegen, glaube ich. Oh, voller. Oh, der war nicht zu können. jetzt nicht auch noch direkt im Anschluss vier vormagin ich hab euch auch lieb, Leute ich hab euch sehr lieb ja, wir wollen speichern, bitte und wir machen hier den nächsten Part bis dahin gleich